Ach, ich liebe Straßenbahnfahren und vor allem das Unternehmen Cottbusverkehr finde ich persönlich ja richtig geil, aber man hat eigentlich nicht so wirklich eine Vorstellung, was steckt hinter Cottbusverkehr. Klar, wir wissen Straßenbahn fährt, Bus fährt, aber was passiert da sonst auf den ganzen Tag? Bin ich mal sehr gespannt und einer kennt sich wirklich bestens mit diesem Unternehmen aus, das ist nämlich der Udo Seidel. Ich grüße dich recht herzlich. Ja Udo, ich habe gerade schon gesagt, ich finde euer Unternehmen richtig mega cool und ich lese jetzt schon Job Day. Am 27. ist ja sogar diesen Freitag. Was hat es damit auf sich? Was hast du da alles für uns? Ja, du hast es gerade gesagt, 27.09. Wir veranstalten unseren ersten Job Day hier bei uns im Kundenzentrum. Wir möchten dort gerne alle unsere Stellen anbieten, die jetzt quasi aktuell noch zu besetzen sind. Sei es im Fahrdienst, sei es im Verkehr, sei es in der Technik drüben. Möchten wir gerne unser breites Portfolio präsentieren, informieren und wir möchten gerne alle einladen, die an einem Job interessiert sind, bei Cottbus Verkehr hier vorbeizukommen, sich inspirieren und beraten zu lassen. Ja und dann freuen wir uns auf jeden, der da ist. Du sagst es schon, Udo, jeder kann vorbeikommen. Kann ich gleich meine Bewerbung mitbringen? Muss ich mich vorher anmelden? Wie läuft das? Also natürlich kann man natürlich seine Bewerbung schon mitbringen. Das Wichtige wäre natürlich vorher informieren auf unserer Webseite cottbusverkehr.de, welche Stellen haben wir denn aktuell und dann kann man seine Bewerbung schon vorbeibringen, vorbereiten. Wir nehmen sie entgegen und würden uns dann beim Bewerber nochmal melden. Ansonsten natürlich erstmal informieren, ist die richtige Stelle dabei und dann kann man sich im Nachgang immer nochmal bewerben, bei uns vorbeikommen, auf dem Betriebshof sich beraten nochmal lassen und dann würden wir uns natürlich freuen, wenn wir reichlich Bewerbungen natürlich reinbekommen. Das ist ja das Ziel des Tages. Und was wird jetzt generell so gezeigt? Also klar, wir kennen das Kundenzentrum, aber wird vielleicht auch der Platz hier genutzt. Was habt ihr da so im Angebot? Wir haben natürlich innen drin das Kundenzentrum, wo wir natürlich unsere Station aufgebaut sind, aber draußen haben wir natürlich auch unseren kleinen Citybus wieder aufgestellt. Der wird auch als Beratungsraum zur Verfügung stehen, gerade für den Bereich Fahrdienst, sowohl Bus- als auch Straßenbahnfahrer. Sind dort herzlichen Englern vorbeizukommen. Wir werden auch überall Fernseher aufbauen, weil wir auch noch gerne den einen oder anderen Film zeigen wollen oder die einen oder anderen Veranstaltung. Wir haben drin, wie gesagt, Veranstaltungen, wir haben draußen. Also es ist für jeden was dabei. Ja Mensch, da ist ja wirklich jede Menge los. Ich weiß, ihr seid ein ziemlich großes Unternehmen, aber stemmt jetzt alles alleine oder sind auch noch andere Partner mit an Bord am Freitag? Natürlich machen wir das nicht komplett allein. Wir haben natürlich den einen oder anderen Partner mit an der Seite, worüber wir natürlich auch sehr, sehr dankbar sind. Die Arbeitsvermittlung wird uns unterstützen. Die werden auch ihren großen Pool mitbringen. Die Wirtschaftsförderung Cottes wird uns tatkräftig unterstützen, auch mit ihrem Talente-Pool. Die LWG wird uns unterstützen. Die bringen auch ihren eigenen Wasserspender mit, nochmal für Getränke für die einzelnen Bewerber. Ja, ansonsten sind wir natürlich immer hier vor Ort und auch die anderen Partner bringen ihre Jobs- und Ausbildungsangebote mit. Also ist es für jeden was wirklich dabei. Was ich jetzt einfach richtig cool finde, ist dieser Bus, von dem du erzählt hast. Also ich kann mich da richtig gut vorstellen. Ich habe einen Steuer und so weiter und so fort. Wie sieht es da generell aus? Sucht ihr da auch noch Busfahrer oder vielleicht auch künftig? Ja, natürlich. Tatsächlich suchen wir immer wieder Fahrpersonal. Also es ist auch ein dringender Aufruf, sich bei uns zu melden und sich bei uns zu bewerben. Man kann Bus- und Straßenbahnfahrer werden bei uns. Und ich möchte dir eine Besonderheit natürlich noch erzählen. Wir haben ab dem 1.10. die neue Straßenbahnausbildung bei uns auf dem Betriebshof. Also für alle Studierenden oder für alle Jobinteressierten, die auch jetzt noch auf der Suche sind, mal den coolsten Nebenjob der Welt zu machen. Bewerbt euch bei uns für die Straßenbahnausbildung ab dem 1.10. als Straßenbahnfahrer. Wir freuen uns und hoffen, dass wir sehr, sehr viele dazu gewinnen können. Das lasst euch bitte nicht entgehen. 1.10. neue Straßenbahnausbildung bei Kompassverkehr.